Hallo zusammen, mein Name ist Simo Bonito und ich bin Content Creator. Und ich bin der Tyronimo und ich mache etwas gleiches wie der Vogel. Und ich habe eine große Frage. Tali, wenn du jetzt blind bist, was machst du für ein Zeichen, wenn du laufen willst? Keine Ahnung. Was könnte das sein? Was könnte das für ein Zeichen sein? Wenn ich blind bin? Ja, wenn du blind bist, was machst du für ein Zeichen, wenn du laufen willst? Okay. Und wenn du jetzt Durst hast, was machst du für ein Zeichen? Und wenn du jetzt etwas essen möchtest, was machst du für ein Zeichen? Tali hat gesagt, wenn du blind bist, bist du nicht schlimm. Tali! Ja! Sehr! Und wo sind wir da? Wir sind am Kinderspie-Tex-Event. Auf der Klei Al-Wand. Mit Joke TV, seit 15 Jahren gesehen, gell? Yeah! Peace out! Peace out!